Zurück zu ETA2GETA und ich habe zu spät aufgenommen, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Das ist mir egal, ich nehme jetzt... Kannst du mir sagen, wer das ist? Magst du mir das sagen? Magst du mir das sagen? Magst du mir das... Weißt du, wer, wer, wer... Ich bin weg. Wo ist der Eindringling? Philipp ist wieder hier, yeah! Okay, Philipp hat es geschafft, sich in ein anderes Benutzerkonto einzuloggen und Java zu starten. Ja, genau. Von anderen Benutzerkonten kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Oh yeah, tell me. Aber gerade, das ist doch was von 180, ne? Man sieht es ja schön in der Playlist, die steht ganz unten. Das war die beste Überleitung ever übrigens. Ich weiß. Ja, du bist auch... Also ich habe ja vor einigen Jahren habe ich den Account Adria266195 gekauft. Ich gehe mal Brot holen. Ja, mach das. Ähm, und da war ich noch ein bisschen jünger und hatte halt MrDtop noch nicht auf YouTube. So, was passiert? Ähm, ich hatte mir irgendwann mal den Account, ja, nur den Account, MrDtop registriert, weil ich, ja, weil ich nicht wollte, dass der irgendwie geklaut wird, ne? Oder irgendwann besetzt wird, keine Ahnung, wenn ich mal fame bin, ne? So, dass der dann irgendwann besetzt wird. Und ich wollte mir dann irgendwann, wollte ich mir, ähm, den Account auch holen. Ähm, ich glaube, ich habe dir noch die Steine weggenommen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und jetzt hatte ich endlich den, den Mood zusammengefasst und, äh, wollte mir den Account holen. Ja, Stein Klauer. Ähm, ähm, äh, und, äh, ja, wollte dann den Benutzernamen MrDtop, äh, anlegen. Oder, beziehungsweise, hatte mir den, äh, den direkt migrated, also auf Mojang geholt. Ähm, und dann musste er den, den Player-Namen für Minecraft angeben, wenn du den Minecrafter geholt hast. Und, äh, dann versuche ich da mal ganz ungesotten und frei den Benutzernamen MrDtop anzulegen. Und, äh, was kommt, was kommen musste? Der Account war bereits vergeben. Da wusste ich aber noch nicht, dass der Account MrDtop auch schon noch existiert, weil ich es ausgeblendet hatte. Ich also die ganze Zeit versuche irgendwie herauszufinden, welcher Spaten diesen Account gemacht hat. Weil ich wollte ja meinen Account haben. Und irgendwie, 20 Minuten später, ich auf 180, merke dann so, hm, Moment, ich versuche mich mal damit einzuloggen auf, äh, auf Minecraft. Und, äh, merke dann, ja, der Account, äh, gehört mir. Und ich habe auf einem falschen Account Minecraft gekauft. Toll, ne? Kurzum, you are a noob, you are a noob, 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 noob. Äh, nein, okay, das kann nicht mal passieren, wenn man das so ein bisschen verschlammt, äh. Ich habe das, ich habe das so übelst vergessen, ne? Und dann merke ich so, oh, fuck, da ist ja noch was. Alter, dieser Scheißvogel geht mir jetzt schon auf den Sack und diese verkackte Wolke, darum geht mir auch auf den Sack. Und ich habe verkackt nochmal Brote, Alter. Das ist gut, das ist gut. So, jetzt, äh, ich baue jetzt auch oben im Eta Brote an, weil unten die Welt wird ja nicht geladen, wenn wir nicht da sind. Ha, 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 ha. Hm, wir haben mir gerade den Fuß angehauen. So, äh, Tech It ist jetzt übrigens auch beendet, müsste ich hier auch nochmal so anmerken, weil ich bin mir sicher, irgendwer checkt es nicht. Ähm, ist beendet, Folge 180 ist durch, habe ich heute fast vergessen rauszuhauen, habe ich immer noch auf der Arbeit ein bisschen gemacht. Fast vergessen? Oh mein Gott, er hat es fast vergessen. Ja. Und Adrian lädt seine HWs neue Augenfolgen immer in der letzten Minute hoch. Das habe ich herausgefunden, muah, ha. Ach, wirklich? Ja. Woher willst du das wissen? Ich kann auf deine Uploads zugreifen. Ach ja, stimmt, ja. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber die letzten HWs Folgen, die kamen irgendwie so ein bisschen, äh, später. Später und, 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 und so ein bisschen durcheinander, weil ich auch meinen neuen, äh, Bauchbinden und hab testen lassen. Und, äh, dann musste man das Ganze nochmal ändern. Ja, die habe ich gesehen, die waren, die waren cool. Ja, danke, danke. Äh, sag mal, ist hier irgendwo unten eine Wolke? Ich wurde gerade etwas hochgeschleudert. Ich baue jetzt erstmal ein Feld, noch ein zweites, ein drittes, ein viertes. Hast du hier unten alles abgeahntet? Äh, habe ich einmal abgeahntet. Ich baue jetzt halt oben im Äther noch eins. Oh, nein, Spitzhack ist kaputt. Ja, dann lass doch einfach alles direkt oben einmal in den Äther versetzen. Ja gut, dann versetzen wir einfach alles mal in den Äther. Was wollen wir in den Äther versetzen? Alles. Ich habe da nicht aufgepasst. Alles. Lass uns einfach mit WorldEdit das Haus hier reinkopieren. Ja, ist klar, ist klar. Genau. Nein, das ist nicht cool. Ich glaube, WorldEdit kommt damit nicht zurecht. So sicher? Ich glaube, ja, dass die... WirdEdit ist für Bucket und das hier ist eine normale Minecraft-Server. Eine normale Haare. Ihr spielt doch einen normalen Minecraft-Server. Äh, wassup? Oh. Ja. Ich werde hochgesteuert. Okay, hier haben wir noch ganz viele Myrskis. Haben wir auch Kartoffelskis? Myrskis, 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 Myrskis. Wir haben keine Kartoffelskis. Momentchen. Ach, Entschuldigung. Die Kiste ist... Die Kiste ist tot. Was für ein Schild wurde das entändert? Die Kiste ist tot. Phipps hat die Kiste getötet. Oh mein Gott, nein. Nicht die Kiste. Die Futterkiste. Aber ist egal. Aber die nur acht Blau-Bären drin. Die Kiste. Nein. So, ich muss jetzt hier erstmal eine Treppe nach oben bauen. Ähm. Damit wir hier auf dem Berg unser Getreidefeld machen können. Oh, meine Diamantenspitzhack ist kaputt. Nein. Du hast noch einen Diamanten für mich, habe ich gehört. Habe ich das? Ja. Habe ich gehört. Dann hast du dich wohl verhört. Außerdem brauchst du für eine Spitzhack jetzt zwei, du Schlaubeutel. Drei, um genau zu sein. Nein, drei wäre eine Axt. Hä? Für eine Spitzhack braucht man jeweils drei. Achso, für eine Spitzhack. Okay. Nein, ich brauche nur eine Schaufel und da brauche ich nur einen. Ja, das stimmt. Und die wirst du von mir aber niemals kriegen. NIEMEN. NIEMEN. Wenn man baut, baut, baut hier, dann lieber mal den, den, den. Ach, das mache ich selber. Das mache ich selber. Nimm dir die Samen, da. Hey. Nimm dir einen Diamanten, da. Fips, Fips, wo kommt es hin, Alter? Boah, er ist der Barbo. Da, hier, heb mal den Mist hier auf. Keine Zeit, Alter. Fips hat das hinbekommen. Henry, heb dir Mist hier auf. Was ist da los? Was denn? Ja, hebt das auf, was wir dir hingekackt haben. Wo denn? Ja, hier oben. Seht das gar nicht. Doch, hier oben, da habe ich was hingekackt. Achso. Aaaaaaah. Ja, das war irgendwie schwer hochgesprungen. Mein Inventar ist voll, aber egal. Ja, dann macht den Inventar leer. Ja? Was, Fips? Ich habe gerade kein Schwert zur Hand gehabt. Ich auch nicht. Oh, ist mir egal. Du solltest dieses Baubeusschwert holen. Oder willst du das hier haben? Das hat Lockbeck 2. Ne, Quatsch. Scharn Deck 2. Ich habe doch meine, meine Scharn Warriors mag ab. Gib mir, äh, hey, Henry, Henry. Gib mir mal deine. Jetzt wollt ihr halt alle was von mir. Deine, dein, 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 dein Clay. Whoa, whoa, whoa. Ach, den wolltest du ja verraten. Help mir, hilf mir doch, ich stehe hier, aber. Kacke. ausdrücke. Aua. Wir können fliegen. Ich glaub sie ist tot. So warte mal. Jetzt machen wir hier noch die Umrandung nach unten. Yes, she is dead. Give me that clay. Aber guck mal, kann man das so machen? Give me that clay. Guck doch mal, können wir das so machen, dass wir hier oben das Fältin machen? Ja klar. Gut. Warum auch nicht? Clay, 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 clay. So bitteschön. Alter, wie viel clay hast du? Wie viel? Mehr als gut. Äh, ich war ein bisschen Holystone. Ähm, du musst die Pistens noch eins nach oben setzen, Fips, ne? Was? Ja, du musst die oberen noch eins nach oben setzen, sonst geht das ja nicht. Ach ja, stimmt ja. Ja, aber ich war eh noch nicht. Ich war grad nach oben. Ah, lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Okay. Du konntest ja die untere Treppe benutzen. Dafür hab ich sie, glaub ich, gebaut. Sie hat jetzt eine Verwendung. Was war das? So, okay. Jetzt redet er da draußen. Leta Musik tritt ein. Bauen wir eigentlich für irgendwas anderes noch Clay außer für Bricks? Ne, ne? Eigentlich nicht. Geh mal was zu essen hier. Ich hab Hunger. Bei der Eta Musik trinkt ja auch. Äh, du kannst Harden Clay doch jetzt machen in der 1.6.2. Sind wir doch höher. Kannst du Harden Clay machen? Was für Clay kann ich machen? Harden Clay. Und den kannst du dann färben. What is... Nein, ich färd doch jetzt nicht nur das Dach rein. Warum nicht? Wie find ich denn aus? Ist auch cool. Also, Harden Clay ist schon eine Schnieke Sache zum Bauen. Ja, aber ich mach doch jetzt kein... Ich bau das natürlich nicht... Ich bau das komplette Dach nochmal ab. Nur um hier... Wie findet ihr meine Idee mit dem Aufgang hier? Der ist doch wunderschön, oder? Ja, jetzt gib mal hier, äh... Was muss ich jetzt futtern? Ich hab Brote. Ja, gib her. Hier. Nimm die Brote. Brotregen. So. Dankeschön. Bitteschön. Immer gern. Warum fährst du denn Brote? Du bist ja echt Spendabel. Ich muss noch... Hey, ich hab selber nur noch 10 jetzt. Also. Oh mein Gott, er hat nur noch 10 Brote. Habt ihr das mitbekommen? Er hat nur noch 10 Brote. Ja. Ey, kannst du nochmal wiederholen, wie viele er hat? 10? Wow. So. Ich muss sagen, das ist Schlauheit. Was? Das ist Schlauheit. Ich habe hier diese Öfen und habe da Clay reingetan. Ja. Und diese Öfen sind alle voll mit Clay. Und die Kohle fehlt. Ich hab unten noch Kohle reingetan, ne? Schon eine schöne Achterportion. Ja, die hab ich schon wieder durcheinander geschmissen. Aber nicht alle Bricks, ne? Hier müssen wir noch ein bisschen anders bauen, das Dach. So einen kleinen Vorsprung müssen wir hier rein. Was? Nein. Auch noch extra Wünsche, der Herr. Ja. Ich dachte, sie... Ach, ich muss ja auch noch das von der anderen Seite machen. Ja, bau das, zau das eben ab. Fick dich, ich geh unten rum. Ich mach mal eben mein Feld und kümmere mich gar nicht um euch. Ja, los, verpiss dich. Finde ich nicht theoretisch hier etwas Druckplatten hinlegen und dann... Nein, das muss alles praktisch laufen. Nicht theoretisch. Wir sind nicht Theoretiker. Theoretiker. Aber warum geht das jetzt eigentlich gar nicht, ne? Wir sind Spastiker. Ja, weil... Ah, jetzt geht wieder. Kacke, jetzt habe ich die Redstone-Leitung. Ah, jetzt läuft wieder bei dir. Ja, jetzt haben wir noch mehr Redstone. Äh, ja, es müsste irgendwo noch Redstone sein. Guck mal. Hm, okay. Ja, hier sind noch 60 Redstone. Oh, ja, das ist schön. So, können wir eigentlich so lassen. Sieht natürlich aus. Äh. Wo? Achso, du bist wieder hoch, Jump. So. Uns fehlt Erde. Tipps, du bist schlau. Es wird Nacht. Ja, es wird Nacht. Das musste mal gesagt werden. Du bist schlau. Das weiß er. Das sage ich ihm schon so oft. Ja, nur er scheint es irgendwie nicht zu verstehen. Nee, irgendwie nicht. Gangster Gaming spielt Audiosurf. Ja. Sehr schön. Ich finde es schade, dass das Minecraft nicht mit Steam... Ich habe es mit Steam verknüpft. Also, das ist das... Als Steam fremde Anwendung und ich kann auf das Steam hinwegzugreifen. Echt, wie hast du das denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hm. Das ist blöd. Ich muss kurz unten pennen. Also, man sieht auch in Steam dann... Da, da, da spielt Minecraft oder so. Alter, das musst du mir definitiv mal zeigen, wie das geht. Da musst du mal bei YouTube suchen, Arthur. Da musst du mal bei YouTube suchen. Ja, wir sind ja bei YouTube. Da kann ich suchen gehen. Wir sind mal bei YouTube. Wie installiert man ein Roll-Up? Ja. Schau dir YouTube-Video an! Ja. Keiner hat den Plan irgendwie. Äh, ne. Verwiss ich gar nicht. Es ist ja gar nicht so schwierig. Oben entspannen, unten entspannen. Ja, das wusste ich danach auch. Ah ja, Prost. Ich habe die Roll-Ups übrigens mitgenommen. Die habe ich jetzt hier an der Wand hängen. Ähm, sag mal. Kannst du bitte mal entweder dich verpinkeln oder auch ins Bett legen? Äh, ich kann mich unten mal ins Bett legen. Ja, hier liege ich. Sonst wird dir... Ne, anderes Bett. Ach ja, ich sehe dich nicht. Und sonst wirkt das nicht. Ach so, deswegen bist du auch an mir vorbeigerannt. So. Geht doch. Yay! Yay! So, habe ich noch ein paar Sticks? Oh, ich habe noch ein paar Sticks. Und dann mache ich mir eine neue Schaufel. Und dann kann ich wieder schaufeln. Ich wollte jetzt eigentlich machen. Ich wollte Klei brennen. Äh, ich wollte da Erde holen. Deswegen habe ich dir mal eine Schaufel gemacht. Ich habe noch Erde dabei. Wie viel? Also normale Erde oder Eter-Erde? Normale Erde. Wie viel? Äh, einen... Ja, knappen 46er und ein bisschen was mehr. Ja. Ah, leg mal oben in irgendeine Kiste, in die Erde. Das gibt Sinn. Knappen 46er und ein bisschen was mehr. Ja. Definitiv. Stein, Werkzeug, Holz, Erde. I don't zweifle an your Logik. Ein 46er und ein 15er. Okay. You don't zweifle an my Logik. Nope. My Logik is brilliant, you know. Bei Argumente, ne? Weißt du Bescheid. Master of Argumentation, bitch. Äh, äh, ne. Oh, bitch darf man ja gar nicht sagen. Ähm. Äh. Äh. Ach, egal. Twerking-Women. Das machen wir anders. Was? Ich krieg's auch mit mir selber aus. Kein Angst. Ja, nee, ich hab mich grad bei mir selbst gewundert. Wie mach ich denn, wie mach ich denn Brick-Slap-Steps? Zwei Reihen? Nee. Wie mach ich das denn? Oder muss es ein Block sein und dann? Eigentlich nicht. Ja, nee, wie mach ich das denn? Doch, doch, es muss ein Block sein. Ach so, so ein Vierer, so ein Vierer-Dingens. Oder? Ah, nee, okay, ich weiß wie. Nee, ich weiß wie, ich weiß wie. Ja. Ist wahrscheinlich schwierig zu erklären. Ja, das ist, äh, zu schwierig. Okay. Also. So, jetzt hab ich 54, äh, Brick-Stick-Slaps. Yeah. Okay. Oh, die Mauer muss was zu uns. Dann kannst du das, dann kannst du ja das Dach bauen. Genau, das hatte ich ja gerade vorher. Ja, mit 264er-Sticks Erde. Ich hoffe mal, dass das reicht oben für das Feld. Leute. Und wenn nicht, nimmst du ja wohl noch was von unten. Also ich will halt so die Produktion ein bisschen hochfahren, weil wir brauchen Brote. Die Welt braucht Brote. Ein Brot für die Welt. Komm, wir melden uns da an. Kriegen wir Brot in Minecraft zugeschickt. Yeah. Ein Minecraft-Brot. So. Wie viele Minuten haben wir denn? Hast du mal geguckt? 14 Minuten. Äh, wir sind bei 14. Junge, Junge, Junge. Ich wollte mich schon wundern. Ähm, ich komm wieder hoch in den Äther. Ja, und würde ich sagen, wir beenden kurz mal die Folge. Ich hier weiter mit dem Feld mache. Das passt gerade ganz gut eigentlich. Jo, und ich muss mal eben kurz meinen Freys-Express beenden. Yes. Das war schon die ganze Folge. Ähm, wie machen wir das hier? Bauen wir hier mit Stein... Also du bist ja gar nicht hier. Ich bin hier. Wo denn? Äh, neben dir. What? Du siehst mich nur noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, hier. Aber... Sehst du noch so eine Lücke? Lücke, okay. Wo man so reinfallen kann. Ja. Ja, bauen wir die zu oder lassen wir die offen? Hier, wir müssen sie ja offen lassen, weil wir müssen ja hier hochgehen. Ja, nee. Du kannst ja hier immer noch hochgehen. Ich meinte nur... Also, die Frage war jetzt, ob man... Äh, ich soll mal kurz... Habe ich Erde dabei einziehen? Ich würde, äh... Hier, ich habe noch Eter-Dirt. Also, ob man dann hier noch, äh... Hier noch baut? Ähm, mit den Teilen oder nicht? Nein, ich würde sagen, wir ziehen... Siehst du mich jetzt? Ja, ich sehe mich jetzt. Wir ziehen das hier noch weiter. Dass man dann hier so einen Abschluss hat. Ja gut, dann zieh mal. Dann fang an zu ziehen. Aber dann müssen wir hier das Feld so ein bisschen weiter abgrenzen noch. Aber gut, das kriegen wir ja hin. Ja. Ja, dann lasst es doch einfach weg und dann... Wir machen das jetzt in der nächsten Folge. Steps oder Half-Steps oder Glas oder offen oder Luft oder... Ja, das kriegen wir ja natürlich auch. Äh, Lava oder... Lava. Bla, Wolken. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Genau, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli, wüsli. Und bis dann, dann. Wir sehen. Ciao. Tschüss.